Ich habe im Laden so einen Reitaler Riebelmeiss-Packen gekauft und bin auf das AOP-Symbol gestossen. Jetzt habe ich hier vor mir einen Experten, Rolf Kürzler, der im Verein Reitaler Riebelmeiss ist. Rolf, was habe ich davon, von diesem AOP? Also AOP bedeutet für mich, dass es qualitativ ganz hochstehende Produkte hat, mit einem ausgezeichneten Geschmack. Und wenn ich ein AOP-Produkt kaufe, dann weiss ich, dass das in der Region angebaut worden ist, in der Region gelagert worden ist und auch in der Region gemahlen worden ist. Also die ganze Wertschöpfung findet im Rindl statt. Danke vielmals, Rolf.